So, jetzt ist da noch mein Traktor auf der Waage. Zuerst Traktor und mancher Grupper. Wir wollen wissen, wie schwer unsere Grupper ist. Und gewogen ist 4,1,5. Ja, liebe Freunde, was läuft da mit dem Bau raus? Ich montiere da endlich die Schare. Hier kommen noch zwei neue Flügel hin. Dieser hier ist fertig. Hatte die Ersatzteile nicht im Herbst, aber jetzt ist Zeit. Das muss montiert werden. Die Maschine hier, fahre ich mit der auf der Waage. Wir wollen wissen, wie schwer, dass da der Portinger Synchro Grupper ist. Weil wir eventuell eintauchen wollen. Eine andere wird wieder ein neuer Lämpchen operiert. Ein neuer Böttinger und ein Horsch Grupper. Und nach Möglichkeit wollen wir diese drei alle zusammen probieren. Diesen Frühling, wenn es geht. Jawohl. So, jetzt ist das quasi amtlich 1040 Kilogramm. Ja, 1040 Kilogramm geht noch. Wir haben hier auch Pferden für die drei anderen Grupper. Ich bin nicht sicher, aber ich denke die sind 1200 bis 1400 Kilogramm. Kommt auch drauf an, was für ein Acker. Ein kleines Kilo hier. Und wir möchten ja einen Grupper ab 100 PS. Und diesen konnte man auch schon mit einem 80 Pferder PS Traktor fahren. Jawohl. Ja, und übrigens, seit Langen einmal wieder ein schöner Tag. Jawohl. Ich hoffe diese Nacht wird es recht kalt. Morgen habe ich vor dem Raps am Monsalpeter zu geben. Er braucht dringend Dünger, damit er starten kann.